Naja, die Bummerl-Freunde müssen sich jetzt eben überlegen, das hat ja der Horstl auch selber angeschnitten, wie sie denn zu diesem neuen Horst Gmela stehen. Wiener Text, Dialekt mit moderner Musik. Horst Gmela, oft hat man das Leben angegeben. Zum Titel selber, das heißt zum Dialekt möchte ich jetzt persönlich noch was sagen. Ich weiß, es haben viele kluge Leute, sehr viele kluge Dinge zum Wiener Dialekt und zum Dialekt überhaupt gesagt, aber ich kann man sich oft nicht ersparen meinen Cren dazuzugeben und ich möchte auch mal was dazu sagen. Ich finde, dass der Dialekt, ganz egal, ob es jetzt der Wiener Dialekt ist, der Zürcher Dialekt oder ein österreichischer Dialekt, dass man im Dialekt Dinge sagen kann, die man im Hochdeutschen einfach nicht so rausbringt, ist wohl das Wort dafür, wenn man die hochdeutsche Sprache nicht einfach gewohnt ist. Ich kann schwerer sagen, ich habe viele Schicksalsschläge erlitten, als ich als Wiener jetzt sagen kann. Oft hat man das Leben angegeben. Das trifft exakt den Kern der Sache. Das zum Dialekt. Es ist ja auch leicht, es gibt da zwei ungeheuer schwere Sätze im Theater. Der eine ist mit Ehrlichkeit zu sagen, ich liebe dich. Der andere ist ganz ehrlich zu sagen, ich glaube an Gott. Das sind zwei echt schwere Sätze. Wenn man jetzt in einem Dialekt zum Beispiel sagt, Bärbel bischt mir gut und sie sagt, ja, ich bin dir gut, dann ist das im Dialekt leichter zu sagen. Der Funke springt leichter über. Das waren ein paar Worte zum Dialekt. Jetzt aber zur nächsten Gruppe, einer sehr sympathischen österreichischen Gruppe, die Schmetterlinge. Es ist ein rhodesisches Volkslied, das die Schmetterlinge hier aufgenommen haben. Wir werden anschließend noch erfahren, woher sie es haben. Und dieses Lied war drauf und dran, ein großer Hit zu werden, aber hat dann auf Platz fünf der Hitparade kapituliert. Warum, weiß ich nicht. Es ist ein sehr hübscher Titel, Giorgio Lossa. Giorgio Lossa. Giorgio Lossa. Musik 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 Ein verdienter Applaus, danke schön, danke, vielen Dank, das ist übrigens der Shirley, einer aus der Band, der mir jetzt nur kurz nochmal sagen, woher kommt dieses Lied, Cho Cho Lo Sa? Das ist ein rhodesisches Lied, das die Arbeiter beim Eisenbahnbau gesungen haben und der Text heißt so viel wie Dampfe durch Rhodesian Eisenbahn. Woher habt ihr dieses Lied? Dieses Lied haben wir von einer Platte heruntergehört. Von wem? Von Piet Sieger. Der ja immer wieder sammelt in der ganzen Welt, der herumreist. Und wieso hat euch gerade dieses Lied, das ich ja beinahe den ganz großen Treffer in Europa gebracht hätte, wieso hat euch gerade dieses Lied so besonders gefallen? Wir hatten einerseits eine schöne Vorlage, nämlich das Lied hat uns gefallen, es war einfach und wir haben aber auch viele Arrangementmöglichkeiten gehabt. Also die ganzen Rhythmen, die Trommelrhythmen auf der Bongo und auf der großen Trommel, das sind alles, die haben wir selber gemacht. Ich habe noch eine letzte Frage für alle, die die Schmetterlinge nicht so gut kennen, wie ich sie jetzt seit Jahren kenne und wie ich sie seit Jahren liebe und schätze. Seit wann besteht die Gruppe und wo hat sie sich gebildet? Die Gruppe besteht seit drei Jahren, hat sich in Wien gebildet und die Pippa, unsere Sängerin ist seit zwei Jahren dabei, wir hatten vorher ein anderes Mädchen. Woher kommt die Pippa? Die Pippa kommt aus England und die Mutter ist Schottin.